Keep our secret Oder bin ich schon gefahren? Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste mal Gestrichlichtes für welche Linie ich schaue auf welcher mitgefahren bin Dass ich nicht verstehe, dass ich zwei Linien hintereinander fahre So wie ich mich kenne So wie das mir bestimmt passiert Oder wir fahren die Linie 455. Das sind wir auch noch nicht gefahren Alles wäre wieder ein Sinn Ich muss ein bisschen mehr Gas geben Kleine So, da haben wir gleich... Blablablablablabla Blablablabla Breslauer Platz sind So, jetzt aber Muss ich hier halten Nein Auch gut Also ich werde die reguläre Haltestelle noch anfahren Dann einen kleinen Schlecker um den Hauptbahnhof machen Hallo, Omsi 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 und seine Ladezeiten wieder An dieser Stelle denkt euch einfach Fahrschulmusik Ähm Omsi, jetzt... Ah Hinde, hopp 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 Ich glaube Omsi an seine Tage Ehm Wenn er sich nicht gleich erholt, muss ich Neustarten die Aufnahme und das möchte ich nicht Ah, danke Um jetzt aufzulenken und Oh Gott Oh Gott Oder ich nicht hier rein fahren muss Oder ich nicht hier rein fahren muss Das wäre tot gewesen Zum Beispiel für Schild Gut So, hier werde ich jetzt gleich auf Wendlen Wegen der Brücke Unter die Unter die komme ich ja nicht durch Ich hoffe, dass mir da keiner in die Seite rein fährt Hallo 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 Eine kurze Sprengel Aber natürlich Und anschnallen nicht vergessen Ich mache schon mal Warnblinker rein Ich wusste es doch KI ist auch wirklich dumm wie Brot Ich hoffe das wird mit Lotus besser Denn es ist jetzt bekannt was für eine Linie für den Bus rauskommt Und zwar die Linie 100 Wie ich es vermuten konnte Was mich freut Und als Bus Na super der Bus ist auch hier zu hoch Oh Gott Kann man das nicht einfach markieren da an der Stelle Ja ist ja gut Bus Hier ist Oh Ich fahr doch den zweiten an du Voller Ich fahre den zweiten an Ich fahre den zweiten problemen Hallo Das war das sehr geil Wird doch schon lange unter der Brücke weg? Da hätte ich gerade noch mit dem Bus unter die andere Brücke herfahren. Nein, passt natürlich auch nicht, weil es nicht markiert ist. So etwas müsste man auch eigentlich markieren. Dass die Brücke für solche Bus nicht geeignet ist. Beziehungsweise für solche Höhen. Und die ist eigentlich auch hoch genug und trotzdem habe ich hier eine riesen Konditionsbox da. Oh Gott. Fail-Aufnahme hoch 10. Würde ich sagen. Ja komm, steig aus, dann hab ich wieder zur Ruhe. Hallo. Puh. Puh. Wege sollte ich auch mal ausmachen, wenn er schon nicht gebraucht wird. Also irgendwas stimmt mit der Kupplung nicht. Zumindest von dem Bus hier. Ja, ich weiß nicht, ob ich es im Umfeld hatte. Und allein, Glück allein. Und auch hier senkt euch Fahrstuhlmusik. Bitte, geh schnell auf grün. Beziehungsweise auf weiß. Obwohl sie ist weiß, also ist es doch eigentlich in grün. Zumindest, wenn wir nicht... Oh, ich hasse diese Kupplung. Also da ist ja bei dem anderen Bus einiges besser als bei dem hier. Zumindest, was das Anfragen angeht. Guten Tag. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Oh, natürlich. Danke. Bitte. Ich krieg's einfach nicht mit dieser Kupplung geschissen. Normalerweise kann ich das eigentlich. Äh, fahren wir mal schnell, bevor der LKW noch herkommt. Und wieder stellen wir vor, oder? Eine roten Ampel. Aber die hat jetzt nicht so eine lange Leitung. Hier sind so ein paar andere Ampeln in der Innenstadt. Das muss man gerne haben. Äh, da ist aber einer nur rot gefahren. Also entweder ich mach was falsch mit der Kupplung, oder die Kupplung ist defekt. Also zumindest bei dem Bus hier. Ich, mal, Pedaille. Das hab ich ja schon getestet. Das funktioniert. Einwort frei. Hallo. Junger Mann, haben Sie keine Ruhe? Hallo. Ungeschaut, es ist so viel zu spät gekommen. Ey, ich kann nicht so führ. Och. Diese Kupplung geht mir so auf den Keks in. Okay, das ist jetzt mal, glaube ich, genauso gut wie ein Ü-Elf fahren. Also einmal in Ü-Elf fahren wir ja gerade. Kommt rein, können Sie auch ausgucken. Aber natürlich. Kommt rein, bitte. Schon so alt dafür? Hm, das kann auch ein bisschen dauern. Oh, ich denk gar nicht, hier noch rein zu falten. Das kann wirklich Gas geben, lohnt sich ja hier nicht bei dieser Ampel hier. Diese Ampelschaltung finde ich irgendwie ein bisschen failig. Ja, normalerweise hätte man hier genauso gut eine Ruhefasse hier reinbauen können. Das ist für den Bus. Okay, ich brauche ja nicht rüber, ich bin der Bus. Da kann ich ja geradeaus fahren. Oh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020